Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Sarah. Alles Gute zum Geburtstag. Wo sind meine Kinder? Es tut mir leid, Schatz, aber sie konnten nicht kommen. Keiner von ihnen? Klaus konnte sich keine freie Zeit von der Arbeit nehmen. Thomas hat seinen Flug verpasst. Und Roma. Sie hat wieder Probleme mit ihr Freund. Ich habe mich so auf das Wiedersehen mit den Kindern gefreut. Das ist alles, woran ich die letzten Monate gedacht habe. Ich weiß, aber das heißt nicht, dass du und ich nicht trotzdem feiern können, oder? Du weißt ja, wie das ist Kinder heutzutage. Sie sind einfach zu beschäftigt mit ihrem eigenen Leben. Zu beschäftigt, um ihre eigenen Eltern zu sehen? Das sind die Kinder. Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo, Mama. Ich habe euch so sehr vermisst, Kinder. Ich hatte gehofft, euch heute zu sehen. Es tut uns leid. Wir wollten wirklich da sein, aber wir konnten nicht. Aber versprochen, wir werden zu deiner Ruhestandsfeier kommen, Mama. Ja, wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, Mama. Wir lieben dich. Ich liebe euch auch. Also dann, pass auf dich auf, Mama. Tschüss, Mama. Was? Das war's? Es war doch schön, oder? Sarah, wo gehst du hin? Willst du keinen Kuchen essen? Es tut mir leid. Ich habe einfach keine Lust zu feiern, Peter. Hey Sarah, schau mal, was ich hier habe. Deinen letzten Gehaltscheck. Ab heute hast du offiziell alle Zeit der Welt. Du kannst reisen, Urlaub machen und was auch immer du tun möchtest. Ja, die Frage ist, mit wem ich reisen soll. Warum reist du nicht mit Peter? Er fliegt nicht gerne. Als meine Kinder jünger waren, sind wir ständig zusammen verreist. Jetzt kriege ich sie kaum 30 Sekunden ans Telefon. Wie wäre es mit einer dieser Facebook-Gruppen für passionierte Mütter? Bestimmt möchte jemand mit dir verreisen. Nein, du weißt, dass ich nicht gerne mit Fremden reise. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich um meine Kinder zu kümmern. Habe ich nicht das Recht, dass sie mir etwas von ihrer Zeit schenken? Ja, natürlich hast du das verdient. Wir freuen uns alle schon riesig, deine Ruhestandsfeier nächste Woche zu feiern. Es wird richtig toll. Hallo. Ja. Was sagst du? Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ja. Wir werden nächste Woche bei der Beerdigung sein. Danke, dass du es mir gesagt hast. Es tut mir wirklich leid. Meine Freundin aus dem Studium Lisa. Sie ist gestorben. Oh, das tut mir so leid, Sarah. Weißt du, als ich in meinen Teenagerjahren und Zwanzigern war, bin ich ständig zu Geburtstagsfeiern gegangen. In meinen Dreißigern und Vierzigern waren es Hochzeiten und Kinderpartys. Jetzt gehe ich nur noch zu Ruhestandsfeiern und Beerdigungen. Oh mein Gott, das tut mir wirklich leid für dich. Aber hey, hast du nicht gesagt, deine Kinder kämen zu deiner Ruhestandsfeier? Nun, wenn sie Zeit haben zu kommen. Ansonsten, sehen sie mich vielleicht das nächste Mal auf meiner eigenen Beerdigung. Nein, nein, sag das nie. Heute sind wir hier, um meiner wunderbaren Mutter Lebewohl zu sagen. Ich kann nicht anders, als dieses überwältigende Gefühl der Reue zu spüren. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das tun. Nur um ihr Lachen zu hören, ihre Hand zu halten, und einfach bei ihr zu sein. Und ich habe es versucht. Aber ich habe das Leben dazwischen kommen lassen, wie wir das alle tun. Ich habe zu viele Anrufe ignoriert, zu viele ihrer Geburtstage verpasst, und einfach zu viele Gelegenheiten verstreichen lassen, Zeit mit meiner Mutter zu verbringen. Jetzt, wo sie fort ist, realisiere ich endlich, wie kostbar das Leben ist. Und dass wir jeden Moment mit unseren Lieben schätzen müssen. Denn morgen könnte nie kommen. Ich wünschte, unsere Kinder könnten das hören. Es ist okay, Schatz. Du wirst sie morgen auf der Feier sehen. Sie wissen, es ist wahr, was sie sagen. Man schätzt etwas nie wirklich, bis es weg ist. Danke, dass ihr gekommen seid. Herzlichen Glückwunsch, Sarah. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett. Wo sind unsere Kinder? Es tut mir leid, Schatz, aber sie konnten nicht kommen. Es ist okay, wir sind alle hier. Warum setzt du dich nicht, Sarah? Brauchst du etwas Wasser? Sarah? Kann jemand einen Krankenwagen rufen? Ihre Vitalwerte scheinen stabiler zu sein. Aber wir versuchen immer noch herauszufinden, was passiert ist. Gibt es einen Grund, warum sie gestresst sein könnte? Ja, unsere Kinder sind nicht zu ihrer Ruhestandsfeier gekommen. Oh, das ist wirklich schlimm. Ich hoffe, dass sie das übersteht und wird wieder gesund. Entschuldigung, Doktor. Patientin Maria braucht sie. Hallo Kinder. Hallo Papa. Ist Mama okay? Wie geht es Mama? Sie schläft noch. Der Arzt weiß immer noch nicht, was passiert ist. Er konnte immerhin sagen, dass sie jetzt stabil ist. Gut, Gott sei Dank. Ihr habt mir Sorgen gemacht. Ja, wir wollten gerade losfliegen. Ich wollte gerade mein Ticket kaufen und alles. Denkst du, wir sollten immer noch kommen, Papa? Ja, es würde sicherlich nicht schaden. Ihr wisst eure Mutter. Sie vermisst euch. Aber der Arzt sagt, sie wird okay sein? Ich denke schon. Okay, ich werde versuchen, zu Weihnachten zu kommen. Gerade ist wirklich nicht die beste Zeit für mich, ehrlich gesagt, Papa. Marco und ich haben große Probleme. Ja, meine Firma bereitet sich auf die Zulassung für ein neues Medikament vor. Ich werde also viel Überstunden machen. Ja, Papa, ehrlich. Weihnachten passt mir auch besser. Aber ich rufe später an, um nach Mama zu sehen, okay? Okay, tschüss, Papa. Entschuldigung. Meine Söhne sollten mich eigentlich besuchen. Sind sie hier? Es tut mir leid, aber sie haben keine Besucher. Oh Gott, was muss ich tun? Sterben, damit meine Kinder mich sehen? Zwei Tage später. Du arbeitest immer noch? Ja, ich bin sehr beschäftigt. Hast du irgendwas von deiner Mutter gehört? Nein. Seit mein Vater sagte, dass sie noch im Krankenhaus esst, habe ich nichts mehr gehört. Das war vor zwei Tage. Warum rufst du sie nicht einfach an? Ich meine, nur um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich rufe sie später an. Ich kann einfach nicht glauben, dass du unser Jubiläum vergessen hast. Es ist fast so, als würde dir unsere Beziehung egal sein. Okay, erstens, hör zu. Sechs Monate sind kein Jubiläum. Es ist ein halbes Jahr. Lass uns das klarstellen. Zweitens. Vielleicht solltest du deine Erwartungen besser kommunizieren. Anstatt zu erwarten, dass ich deine Gedanken lesen kann. Oder vielleicht solltest du romantischer sein. Und nicht erwarten, dass ich dir jeden einzelnen Schritt erkläre. Thomas, ich habe für uns eine einwöchige Reise nach Paris gebucht. Warum hast du das getan, ohne meine Meinung einzuholen? Ich hatte vor, die Woche woanders zu verbringen. Du wolltest deine Mutter im Krankenhaus besuchen? Nein, das hatte ich nicht vor. Ich wollte mit meinen Freunden eine Wanderreise machen. Aber kein Problem. Ich reise mit dir nach Paris und gehe ein anderes Mal mit meinen Freunden. Und was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter? Ich bin sicher, es wird ihr gut gehen. Hallo Papa. Thomas, deine Mutter ist gestorben. Hey, was ist los? Meine Mutter ist gestorben. Papa, ich kann nicht glauben, dass sie weg ist. Ja, ich fühle mich so schrecklich, weil ich sie nicht besucht habe. Ich hatte nicht einmal die Chance, mich zu verabschieden. Nun, jetzt könnt ihr euch verabschieden. Mach es auf, Thomas. Ich kann nicht. Klaus, du wirst es aufmachen müssen. Du bist der Älteste. Wir machen es zusammen, bei drei. Eins, zwei, drei. Ihr seid alle endlich gekommen, um mich zu sehen. Mama, du bist. Deine Beerdigung. Wir dachten, dass du. Dass ich gestorben bin. Ich wusste einfach nicht, wie ich euch dazu bringen könnte, mich zu besuchen. Ich wollte nicht warten, bis ich tot bin. Ich bin so leid, aber ich. Nein, Mama, es tut uns leid. Die ganze Zeit über, konnte ich nur denken. Ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht im Krankenhaus besucht habe. Ja, dass ich deine Ruhestandsfeier verpasst habe. Oder deinen Geburtstag. Es tut uns allen leid. Es ist wahr, was sie sagen. Man schätzt etwas erst, wenn es weg ist. Ich verspreche, ich werde mich bessern. Ja, ja, ich auch Mama. Und ich auch Mama. Wir versprechen alle, dich nie wieder im Stich zu lassen. Erst jetzt sind meine Kinder wieder zu mir zurückgekehrt. Kommt her Jungs, und gebt mir eine große Umarmung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.